Ja komm, Alter. Du musst den ganzen Dach fahren, oder was? Bin ich jetzt mal dran, oder was? Ich mach jetzt mal die Kiste, klar. Nein, komm. Ich bin jetzt mal dran. Wir hatten gesagt, wir wechseln uns mal an. Ihr seid doch beide scheiße. Ihr werdet in die Kiste bezahlt hier. Du oder ich. Oder du vielleicht. Lass mich aufhören. Na ja, bin ich gleich mal wieder dran. Du bist nicht gleich fertig, mein Kleiner. Spacko, Fazzi. Oh, komm, ey. Ja. Ich bin dann aber nicht hier. Mama hat gesagt, wir sind alle wahr. Freude, Gott. Nee, der geht wohl. Wir sollen mal gleich umglocken, oder was? Was machst du denn da? Nee, ich weiß doch nicht. Ich hab den gestört. Der ist doch so. Ich hab das doch besprochen vorher. Ich will jetzt mal fahren. Spass hat er. Was ist? Woher? Du fährst doch irgendwie. Ja. 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 Ja.